Musik Das Sonnenresort ist das Zuhause mediterraner Lebensart. Ein Platz an der Sonne für kulinarische Genüsse und Schichtweg, der Place to be für alle Liebhaber von ebenem Design und stilvoller Einrichtung. Für Familien wie auch für Pärchen. Mein Name ist Dimitri und ich bin verantwortlich für das Marketing in unserem Familienhotel Sonnenresort in der Turms. Mit unserer Positionierung als exklusives Familienhotel sprechen wir vor allem junge, designaffine Familien an, die auf der Suche nach einem hochwertigen Ambiente mit einzigartigen Outdoor-Erlebnissen sind. Ein Familienurlaub Deluxe. Uns war schon seit längerem bewusst, dass sich in unserer Hotelsoftware ein kleiner Rohdiamant in Form von Gästedaten versteckt. Der Feinschliff und die nötigen Tools, um diesen Diamanten in eine perfekte Form zu bringen, haben uns aber bisher gefehlt. Daten sind extrem wertvoll im digitalen Zeitalter. Man muss sie aber richtig nutzen, um ihren Wert zu entfalten. Unser Anspruch war es, eine Lösung zu finden, die erstens Daten auf smart Art und Weise nutzt, zweitens effizient und kostengünstig eingerichtet werden kann, drittens im besten Fall keine manuellen Aufwände von unserer Seite voraussetzen. Diesen Partner haben wir in Additive gefunden. Additive greift genau jene Problematiken auf und nutzt unsere gesammelten Daten, um das Hotelmarketing und somit auch die Gästekommunikation entlang der Customer Journey zu automatisieren. Natürlich hatten wir einige Zweifel und Unsicherheiten in Bezug auf die Additive Marketing Automation. Speziell in der Hotellerie sind solche Systeme noch relativ unbekannt. Abgesehen davon konnten wir nicht einschätzen, ob eine reguläre Nutzung der Software überhaupt datenschutzkonform ist und inwiefern die Automatisierung dann wirklich ohne manuellen Aufwand funktioniert. Unsere Unsicherheiten wurden in der Zusammenarbeit mit Additive schnell beseitigt. Die Implementierung der Software erfolgte unkompliziert und effizient. Zwischen dem Auftrag und dem Online-Gang lagen weniger als zwei Monate. Die Additive Marketing Automation lieferte schon im ersten Monat sehr gute Ergebnisse. Nach ungefähr fünf Monaten Laufzeit wurden bereits über 500.000 Euro Umsatz erzielt. Ein herausragendes Ergebnis, vor allem, da dies ohne manuelles Zutun von unserer Seite erzielt wurde. Alles in allem möchten wir die Additive Marketing Automation nicht mehr aus unserem Hotelmarketingweg denken. Die einfache Einführung, der persönliche Austausch und die transparenten Auswertungen im Hinblick auf den erzielten Umsatz und Reservierungen haben unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Diese Sendung wurde vom hrn-Gang lern gesammt. Die vor allem, da dies ohne manuelles Zutun von unserer Seite , Untertitelung des ZDF, 2020